henssler schnelle nummer an dieser stelle wollte ich euch mal aufklären oder mal sagen was für viele neue dinge wir im shop haben und zwar ist das die alte adresse hier henssler.shop findet ihr folgende sache haben wir neue gewürze und zwar einmal hier hähnchen gewürz für alles was mit hähnchen zu tun hat dann haben wir eine grillmarinade alles wenn man was grillen will vorher schön einreiben mit bisschen olivenöl mit bier wenn ihr was marinieren wollt super und barbecue gewürz alles was man anbraten will was ein bisschen vollmundiges aroma haben soll zack dann haben wir endlich mal im programm kommen ruhig ein bisschen näher drei barbecuesoßen spicy whisky und auch sweet geiles zeug muss man wirklich sagen richtig schön ist gut gelungen dann curry ketchup auch und neue öle im programm und zwar ein neues bratöl wir haben das ja unser klassiker mit butter und vor allem auch mit knoblauch aroma und viele mögen nicht so gerne knoblauch deswegen jetzt ein geiles öl gemacht was nur ein butter aroma hat auch richtig lecker da gibt es neu ein gewürzöl und zwar tomate aber pikant mit chili mit knoblauch kannst du geil auf pasta machen auf eine pizza oder so schön oben drüber dann ein curry öl wunderbarer curry flavor für alles ein bisschen asiatisch anmutende gerichte oder wenn ihr selber einen curry auch kocht oben drauf zum abschluss ein bisschen darauf richtig fein dann gibt es in italien würzöl auch mit bisschen tomate drin aber dann viele kräuter aromen rosmarin thymian auch toller geschmack für pizza pasta salate und ein schönes wunderbares trüffel öl wenn es mal richtig lecker werden soll das alles ist neu more things to come auf henssler.shop happy day ok ok Untertitelung des ZDF, 2020